Einen wunderschönen guten Tag all zusammen. Ich bin's wieder, Viktor, euer einzig schwarzer Metzgermeister hier in der Pfalz. Wuhu! Yeah! So, ja Mausi, ganz kurz. So, unser vierter Verkaufsautomat steht für euch bereit hier beim Gorz in der Auerstraße. Ich mach's kurz und schmerzlos. Wie gesagt, unser vierter Verkaufsautomat steht für euch bereit. Kommt vorbei, tut die Sachen begutachten, wo da drin sind. Also, was heißt begutachten, sind dieselben Produkte wie in den anderen Verkaufsautomaten. Also, kennt ihr sie ja. Also, kommt vorbei und holt euch die Sachen da drin, bevor sie weg sind. Also, bis dann. Ciao!